Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal der Firma Freizeitmobile von der Kammer GmbH. Wenn ihr auf der Suche seid nach einem teilintegrierten Reisemobil mit separater Dusche, L-Sitzgruppe, Einzelbetten, Winkelküche, Zuladung und Platz satt für Dinge, die man so im täglichen Leben braucht, dann bleibt dran und schaut euch den Hobby Optima Deluxe T70 GE an. So, die ersten Bilder habt ihr bereits gesehen vom Optima Deluxe T70 GE. Wir haben einen wirklich schönen und ausgewachsenen Teilintegrierten mit 7,48 Meter Gesamtlänge. Was können wir zum Chassis sagen? Wir haben hier das Fahrzeug aufgebaut auf dem Fiat Ducato. In diesem Fall haben wir hier den großen Motor, sprich 180 PS mit Automatikgetriebe verbaut. Wir haben die große Chassis Variante, also 4,4 Tonnen Gesamtgewicht, so dass wir entsprechend der Fahrzeuggröße und dem Stauraum auch entsprechend Zuladung parat stellen können. Hobby hat ein paar schöne Dinge mit ins Ausstattungsprogramm reingepackt. Wie wir sehen können, wir haben hier die Polyvision Rahmenfenster mit den schönen flach anliegenden Scheiben. Wir haben hier auf der Fahrerseite unseren Gaskastenauszug. Schön smart, da wir das Ganze rausziehen können, unsere Flaschen draufstellen können, das Ganze beladen können, festgurten können etc. und hinterher unseren Schlitten mit den bereits festgemachten Flaschen einfach wieder reinschieben können. In dem Fall können wir sehen, haben wir dem Fahrzeug als Option noch eine Toma Duo Control CS, inklusive Gasfiltern, spendiert. Nur, dass wir auch hier die Möglichkeit haben, die Gasanlage während der Fahrt zu betreiben und nicht raus müssen, wenn eine Flasche leer ist, denn diese Anlage schaltet automatisch um, wenn die eine Flasche leer ist, sodass wir nachts im bequemen warmen Bett bleiben können und nicht raus müssen, um uns um das Gas zu kümmern. Wir haben ein sehr, sehr schönes Heck, wie ich finde. Wenn wir uns den Optima Deluxe anschauen, können wir sehen, wir haben hier ein sehr, sehr schönes automotives Heck von der Form und Designsprache mit dem durchgezogenen schwarzen Band hier in der Mitte. Klar, der Hobby-Schriftzug in der Mitte darf nicht fehlen. Wir haben hier schöne Automotive leuchten und wir haben hier auch, was Reparaturfreundlichkeit angeht, ein wirklich schönes Auto, weil wir hier einen Leuchtenträger über die gesamte Breite haben, den wir relativ einfach im Falle des Falles auch mal tauschen können. Wir können sehen, Rückfahrkamera haben wir mit dran, denn wir haben hier in der Deluxe-Version schon eine sehr, sehr gute und umfangreiche Ausstattung mit dabei. Wir haben also im Bereich des Chassis das Safety-Paket immer serienmäßig, Navigation, Rückfahrkamera ist hier mit dabei und, und, und. Also wir haben hier schon ein Auto mit einer sehr, sehr schönen Ausstattung ab Werk. Auch von der Außenabklebung finde ich, ist das ein wirklich sehr, sehr schönes und zeitgemäßes Dekor. Innen erwartet uns ein, ich würde sagen, skandinavisches Design, mit hellen Holztönen, dunklen Applikationen. Wie das aussieht, sehen wir gleich drin, aber wir schauen jetzt noch mal auf die andere Seite und werfen einen Blick in die Heckgarage. So, der Blick in die Heckgarage zeigt uns, dass wir hier wirklich sehr, sehr viel Platz und Stauraum haben. Zweite Garagenklappe auf der gegenüberliegenden Seite, auch natürlich in der kompletten Höhe wie auf der Beifahrerseite. Was natürlich nicht fehlen darf, ist Beleuchtung, die haben wir hier natürlich mit drin. Wir haben 230 Volt und 12 Volt Strom hier hinten drin und wir haben natürlich hier auch ein vernünftiges Maß. Können wir einmal hier von der Decke zum Boden messen. Da haben wir 1,12 Meter knapp, 1,11 Meter. In der Breite sind wir hier bei 1,15 Meter. Und wenn wir von hier nach drüben messen, haben wir hier natürlich unsere 2,16 Meter, die wir entsprechend darüber laden können. Zur Möglichkeiten sind da, da haben wir ab Werk hier vier Schienen mit dabei, die uns entsprechend das Fahrzeug beladen lassen können. In der Deluxe-Version, die wir hier haben, können wir sehen, unsere Garagenklappe ist hier mit einem Gasdruckdämpfer gehalten, sodass wir keinen Aufsteller an der Tür bzw. an der Wand haben, sondern hier wirklich die schöne Variante mit einer Gasdruckfeder für eine cleane Optik der Seitenwand. So und schon sind wir angekommen im Interieur von unserem Hobby Optima Deluxe T70 GE. Wie wir sehen können, sehr, sehr schöner, sehr, sehr heller Möbelbau mit ordentlich Platz und ordentlich Designsprache kann man tatsächlich sagen. Da ist Hobby ja wirklich einer der Hersteller, der da ein sehr, sehr schönes Händchen für hat und in diesem Fall hier das Thema Skandinavien aufgegriffen hat. Und den Punkt hat man hier tatsächlich wirklich sehr, sehr gut getroffen, finde ich. Wir schauen aber erst mal nochmal Richtung Triebkopf hier nach vorne. Wie draußen schon angesprochen, haben wir hier den Fiat Ducato als Basisvariante. Der ist serienmäßig bei dem Deluxe immer drunter. Die Baureihe On Tour ist immer auf dem Citroen Chassis aufgebaut. Hier bei dem Deluxe immer auf Fiat Ducato Basis. Wir haben den großen Motor, weil wir uns hier für die Automatik entschieden haben, also sprich 180 PS mit dem Neuengang Wandler Automatikgetriebe, haben wir hier in diesem Fahrzeug verbaut. Und wir haben hier auch entsprechend das große Fahrwerk geordert, sodass wir hier entsprechend ordentlich Zuladung auch darstellen können. 4,4 Tonnen Gesamtgewicht, 3.186 Kilo Masse im fahrbereiten Zustand, so wie er hier jetzt steht. Macht also summa summarum gut über 1,2 Tonnen an Zuladung, die wir dem Auto noch verpassen dürfen. Navigation, Rückfahrkamera haben wir natürlich mit dabei. Plici-Verdunklung für unsere Seiten- und Frontscheibe hier vorne. Das Fiat Safety Paket, habe ich schon angesprochen, ist auch mit dabei. Und wenn wir uns jetzt dem Wohnraum widmen, können wir sehen, hier vorne ist es sehr, sehr schön hell, sehr, sehr schön offen. Wir haben hier oben unser Panorama-Dachfenster im Fahrerhaus, was wir natürlich auch öffnen können. Wir können es, wie wir jetzt sehen können, mit einem Moskitonetz versehen. Wir können es verdunkeln, sodass wir hier vorne A, Licht und B, auch Luft reinbekommen, wenn wir denn möchten. Der Bereich hier vorne ist nochmal schön mit einer Rüttelkante versehen, sodass wir hier auch das ein oder andere noch verstauen können. Hier vorne ist noch ein Utensilo untergebracht und das Ganze so mit dieser Filzoptik versehen, was wirklich einen sehr, sehr schönen Eindruck macht. Wenn wir uns hier die Sitzgruppe anschauen, können wir sehen, wir haben hier nicht die Standard-Version mit dem Wand angeschlagenen Tisch bestellt, sondern haben dem Fahrzeug die Option LED-Nette spendiert. Somit haben wir hier den Einsäulentisch. Hat, finde ich, immer den Vorteil, A, ist es optisch nochmal eine ganze Ecke schöner, B, habe ich dort unterm Fenster halt noch das Stückchen Bank, wo ich auch vom Fahrersitz aus ganz bequem meine Füße hochlegen kann. Und ich bin halt mit dem Tisch hier wirklich maximal flexibel, da ich den verschieben kann, verdrehen kann, in welche Stellung ich ihn auch immer bringen möchte, um hier wirklich entspannt und bequem zu sitzen. Seitensitz auf der rechten Fahrzeugseite natürlich auch immer schön. Ich habe hier nochmal die Möglichkeit, nochmal einen Besucher unterzubringen. Auch von dieser Position kann ich hier wirklich bequem am Tisch sitzen, wenn man hier mal abends in größerer Runde einen netten und entspannten Abend verbringen möchte. Dann gucken wir Richtung Kühlschrank und Küchenabteil. Wir haben ja gesagt, wir haben hier ein Fahrzeug mit einer Winkelküche. Auch hier in dem Bereich haben wir hier richtig schön viel Platz. Wollen wir jetzt hier Richtung Küchenzeile gehen, können wir sehen. Wir fangen jetzt einfach mal mit den Oberschränken an. Wir haben hier unsere Schrankklappen, die hier wirklich sehr, sehr schön clean sind. Dadurch, dass wir die Griffe unter der Klappe untergebracht haben, macht eine sehr, sehr schöne Optik. Auch die Schrankscharniere, die wir hier haben, sind wirklich schön. Es klappt schön mit Soft-Close runter. Wir haben hier noch ein Gewürzboard integriert. Unser Fensterrahmen ist schön eingerahmt mit einer Blende, in der wir hier gleich Strom zweimal 230 Volt untergebracht haben. Unser Küchentresen, der hier A, nochmal ein bisschen Ablage bietet, B, vielleicht auch Platz für eine Kaffeekapselmaschine zum Beispiel, so dass wir das hier entspannt unterbringen können. Und auch hier im hinteren Bereich haben wir wirklich viel, viel Platz und Abstellfläche. Als optisches Design-Element taugt auf jeden Fall unser Kernkocher, den wir hier verbaut haben. Ein aufgesetzter, dreiflammiger Kocher mit Pizzazündung natürlich hier, in elektrischer Variante. Auf jeden Fall ein Hingucker, sieht wirklich toll aus. Und wenn wir hier in die Schubladen schauen, können wir sehen, wir haben hier wirklich haushaltstypische und haushaltsähnliche Auszüge drin. Soft-Close darf natürlich nicht fehlen. Und da ist ordentlich Platz drin für alles das, was wir so in unserer Küche unterbringen müssen. Und besonders schön bei Hobby finde ich tatsächlich immer die Verschlüsse der Schubladen und der Schränke hier in dem Bereich. Das sind klassische Push-Lock-Schlösser, so wie wir sie quasi kennen, aber in etwas anderer Form. Sprich, wir haben hier wirklich einen schönen Griff, wo ich auch reingreifen kann und ganz einfach auf Knopfdruck meine Schublade oder meinen Schrank hier wieder verriegeln. Unter dem Spülen-Unterschrank haben wir auch nochmal ein bisschen Abstell- und Stauraumfläche. Der hintere Teil dieses Schrankes ist im Prinzip von außen belegt. Da steckt unser Gasfach mit dem Auszugssystem hinter, was wir draußen gerade schon gesehen haben. Auch unsere Gasabsperrhähne sind hier wirklich schön positioniert, sodass wir da entsprechend einfach und jederzeit vernünftig rankommen können. Auf der gegenüberliegenden Seite haben wir natürlich unseren Kühlschrank hier runtergebracht. Ein Kühlschrank der Dometic 10er Serie, den wir hier installiert haben. Sprich, ich kann hier die Tür von der einen wie auch von der anderen Seite öffnen. So können wir hier ganz bequem, ob von der Küche oder von der Türseite aus, hier Zugriff auf unseren Kühlschrank haben. AES ist natürlich hier auch mit dabei, sprich automatische Energiewahl. So können wir entsprechend hier den Kühlschrank für uns arbeiten lassen und brauchen nicht selber daran denken, die Energieart entsprechend umzustellen. Schrankraum oben drüber, Schrankraum unten drunter. Auch da haben wir wirklich jedes Plätzchen genutzt und haben dort noch Stauraum für unsere Küchenutenselien untergebracht. So, jetzt stehen wir hier hinten im Bett- und Badbereich von unserem Deluxe T70 GE. Wirklich schön ist ja immer die Variante mit dem Raumbad. Sprich, ich kann meine Nasszellentür hier ganz einfach umklappen. Ich kann entsprechend mir zwei Räume separieren. Ich habe auf der linken Seite, ich komme mal einmal rein, schließe die Tür einmal hinter mir. Ich habe hier auf dieser Seite entsprechend Toilette, Waschbecken mit Spiegelschränken oben, mit einem Unterschrank, mit einem schönen aufgesetzten Waschbecken, mit auch noch ein bisschen Stauraum. Hier können wir also unsere Badutensilien ganz schön und entspannt unterbringen. Auch eine 230-Volt-Steckdose haben wir da integriert, sodass wir hier für unser Bad im Prinzip alles haben, was wir brauchen. Platzmäßig bietet das auch eine ganze Menge. Unsere Toilette ist natürlich drehbar, sodass wir hier auch ganz entspannt, auch mit längeren Beinen sitzen können und die Türe auch ebenfalls dabei schließen können. Wenn wir uns die andere Seite anschauen, können wir sehen, wir haben hier wirklich eine sehr, sehr schöne und großzügige separate Dusche. In beiden Fällen, sprich Dusche wie auch Bad gegenüber, haben wir eine 40x40 Dachhaube mit an Bord, sodass wir entsprechend Licht und Luft reinbekommen. Und wenn ich hier mal einen Schritt rein mache, auch mit Schuhen, habe ich hier wirklich sehr, sehr viel Platz. Mit meinem 1,92 kann ich hier selbst das Rollo der Dachhaube zumachen und habe wirklich nach oben sehr, sehr viel Spielraum. Und unsere Duschtüre ist hier entsprechend auf der Seite untergebracht und verkleidet mir unsere Dusche wirklich mit einem Handgriff. Magnetisch geht das Ganze zu. Dadurch, dass unsere Türe hier weiß ist, kann man da nicht wirklich viel von sehen, wenn ich drinstehe. Aber ich denke mal, man kann es eher ahnen. Da klappt die Tür vor. Ich habe hier wirklich sehr, sehr viel Platz und sehr, sehr viel Bewegungsfreiheit in unserem Duschraum selber. So, widmen wir uns unserem Schlafzimmer hier im T70GE. Kleiderschrankraum natürlich immer ein Thema, darf nicht fehlen. Wir haben hier auf der rechten Fahrzeugseite einen schönen Schrank mit Borten, wo wir entsprechend hier Wäsche und Kleidung unterbringen können. Auf der gegenüberliegenden Seite haben wir natürlich auch noch mal Platz. Einmal dort, einmal dort. Hier dann verhängende Garderobe. Und dann haben wir zusätzlich hier im Bereich des Bettes noch einen großen Schrank, den wir unter dem rechten Heckbett bestücken können. Somit haben wir also für zwei Personen sicherlich ausreichend Kleiderschrankraum hier geschaffen. Zumal Hobby ja unseren Ausbau hier hinten im Bettbereich so gestaltet, dass wir aufwärtig Schrankraum hinten rundherum haben. Sprich nicht nur hinten an der Heckwand, wo wir Kleidung einräumen können, sondern auch an den Seiten, wo wirklich viel, viel Platz ist, um hier für zwei Personen auch für einen längeren Aufenthalt im Reisemobil entsprechend hier Kleidung unterzubringen. Von der Optik hier hinten finde ich es wirklich sehr, sehr schön gemütlich. Wir haben hier unser Abstandsgewirke zur Seitenwand in dieser Filzoptik. Es sieht aus wie Filz, fühlt sich aber tatsächlich nicht so an. Also wir haben hier eine relativ glatte, unempfindliche Oberfläche. Das Ganze ist hinterlüftet, sodass auch warme Luft da hochziehen kann. Hinten an der Heckwand gleiche Optik wie an der Seite mit dieser Paneeloptik nochmal zusätzlich. Unsere schwarzen Spots hinten auf der Heckwand macht wirklich einen sehr, sehr schönen und gemütlichen Eindruck hier hinten. Auszugsystem hier für unsere Bettmitte ist natürlich ebenfalls mit dabei mit einer dicken Matratze, sodass wir hier das Ganze zuziehen können, Leiter ranstellen können und uns hier eine wirklich große Liegewiese davon zaubern können, sodass wir hier auch mal ganz entspannt mit Kind oder Enkelkind hinten in der Mitte übernachten können. Dann ist natürlich das Thema Bettenmaße immer wieder wichtig und ein Thema. Auch da gehen wir drauf ein und messen einmal die rechte Seite. Da haben wir zwei Meter und drei. Und dann messen wir die andere Seite. Da sind wir bei einem Meter 97. Also zwei wirklich vernünftige und ausgewachsene Betten hier. Auch von der Positionierung der Betthöhe wirklich entspannt und bequem. Ich kann also auch mit meinen etwas größeren Körpermaßen hier vernünftig drauf sitzen auf dem Bett und habe genug Platz nach oben zur Decke, sodass man nicht hier mit einem eingeknickten Kopf entsprechend auf dem Bett sitzen muss. Auch der Platz unter den Hängeschränken hinten ist wirklich ausreichend und gut dimensioniert, sodass man auch da wirklich entspannt liegen und schlafen kann. Strom haben wir auch da hinten gleich installiert ab Werk. Sprich, wir haben eine 230 Volt Steckdose, eine Doppel-USB-Dose. Also Thema Handyladen haben wir da auf jeden Fall schon mal erledigt. Und für diejenigen, die mit einem Schlafapnoegerät unterwegs sind, auch die haben dort hinten gleich eine Steckdose, sodass das Gerät dort angekabelt werden kann. Schubladen auf der linken Fahrzeugseite unter dem Bett, die wir hier auch noch mal ganz entspannt bestücken können. Hier das gleiche wie in der Küche mit unseren haushaltsähnlichen Auszügen mit Softglose, die entspannt hier ins Schloss gleiten. Und auch unsere Trittstufen hier unter dem Bettaufstieg sind noch mal genutzt, sodass wir hier auch noch mal das ein oder andere Utensil einladen können. So, und schon sind wir wieder am Ende angekommen bei unserer Roomtour hier durch den TORMPI Optima Deluxe T70 GE. Wie wir sehen können, haben wir hier wieder Platz genommen in unserer Eldinette, die wir hier in diesem Fall mit an Bord haben, wo man sich auch wirklich sehr, sehr gemütlich und bequem machen kann. Wir haben hier wirklich ein sehr, sehr schönes Auto, meiner Meinung nach. Sowieso einer meiner Lieblingsgrundrisse bei dieser Fahrzeuglänge. Wir haben hier 7,48 Meter Gesamtlänge und ich finde auch hier sind die Proportionen bei dem Auto wirklich sehr, sehr schön verteilt. Sprich, ich habe überall ausreichend Platz und Stauraum zur Verfügung. Zu den Maßen, 7,48 Meter Gesamtlänge, 233 Meter in der Breite und 289 Meter in der Höhe. Wir haben in dem Fall jetzt hier noch keine SAT-Antenne drauf. Wir haben aber jede Menge Ausstattung mit dabei, die wir euch ganz einfach unten in der Videobeschreibung nochmal einmal reinsetzen. Beziehungsweise auch einen Link zu dem Inserat des Fahrzeuges, wo ihr genau sehen könnt, was steckt da alles drin. Wie gesagt, viel, viel steckt schon drin. Großes Chassis, großer Motor, Automatik, zweite Batterie, Gasregler, Duo-Control und so weiter und so fort. Alles aufzuziehen wäre zu viel. Grundpreis haben wir hier 92.240 Euro und so wie das Auto hier nachher steht, inklusive den ganzen Optionen, inklusive Fracht und Überführung liegen wir bei 105.745. Wenn euch das Auto gefallen hat, schreibt es gerne in die Kommentare. Sagt doch mal dazu, zu diesem skandinavischen Möbeldesign gefällt euch das, gefällt euch das nicht. Wie ist eure Meinung dazu? Mir gefällt es wirklich gut. Lasst einen Daumen nach oben da und ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, damit wir auch da weiter wachsen können. Einfach den Kanal abonnieren, die Glocke anhaken und dann bleibt ihr auch immer auf dem Laufenden, wenn ein neues Video kommt. Kostet nichts, hilft euch aber immer up to date zu sein. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.